Berlin, die deutsche Hauptstadt, entwickelt sich zum touristischen Highlight des Landes. Die faszinierende Metropole mit der reichen Geschichte bietet aber auch Seiten, die viele nicht kennen. Der Müggelsee, den die Spree im Südosten der Stadt bildet, ist ein landschaftliches Kleinod. Das moderne Ferienhausdorf Rübezahl am Südufer des Sees ist der ideale Standort, um Berlin und sein Umland zu erkunden. Die geschmackvoll eingerichteten Häuser für bis zu sechs Personen bieten alles für eine entspannte Zeit, für die ganze Familie oder den Aufenthalt von Freunden, für einen Urlaub oder ein Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Das Restaurant Müggelsee Terrassen gehört zu der Anlage. Neben der delikaten Speisekarte rechtfertigt der wunderschöne Blick auf den See den Besuch am Abend oder einfach zwischendurch. Hier finden Sie auch alles für eine Tagung oder Ihre Incentive-Veranstaltung. Im angegliederten Konferenzraum finden 120 Personen Platz. Hier werden auch die Pausen zwischen den Vorträgen zum angenehmen Erlebnis. Es gibt eine Schiffsverbindung, die Sie direkt in die Berliner City mit Ihren Attraktionen bringt. Mit dem Auto in der Nähe befindet sich Tropical Islands. Das größte Indoor-Pool-Center Europas, das international bei Groß- und Kleinen beliebt ist. Ferienhauspark Müggelsee. Das Richtige, wenn Sie große Städte lieben, aber lieber im Grünen wohnen. Das Richtige, wenn Sie Ihre Vor Titanen und eine Kategorien beteiligt sind. Bis zum nächsten Mal. Das Richtige, wenn Sie die Vor- und Kleinen beteiligen. Das Richtige, wenn Sie eine Kategorie. Das Richtige ist eine Kategorie, wenn Sie die Vor- und Kleine beteiligen. Oder Sie haben sie große Musik aus. Das Richtige, wenn Sie keine Kategorie sind.